Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Shadow of the Tomb Raider. Auf der schönen Hängebrücke. Ist das nicht wunderschön? Kann man hier runter? Oh, hier kann man runter. Es sind aber auch überall so Speere, ne? Man fällt immer in so Speere rein. Ist euch das mal aufgefallen? Man kann nicht... Ach Gott. Naja, jetzt sind wir halt wieder an der Brücke. Ich wollte nur mal gucken, ob man das kann überhaupt, ja? Ob man da runter springen kann. Man kann. Guck mal, da oben kann ich ja jetzt schon wieder hin zielen, oder? Kann ich da? Ja, hier, da ist doch schon wieder irgendwas gespannt. Naja, gut, aber hier bringt es nichts. Wir gucken mal. Da müssen wir uns bestimmt rüberhangeln, oder sowas. Äh... Wir müssen mal eine Runde tauchen hier. Offensichtlich. Äh... Gucken wir mal. Kann man die Dinger hier nicht einrammen? Exklusives Zeug. So, was haben wir jetzt? Jetzt bin ich hier in der Sackgasse, meine Lieben. Jetzt müssen wir mal gucken. Komme ich hier irgendwie hoch? Wie komme ich hier hoch? Ah, Lara! Du bist gut! So, ist hier drüben irgendwas? Nee. Dann nehmen wir mal weiter. Hier haben wir erstmal... ...ein Ding. Sie erkennt da natürlich jetzt wieder ganz... ...krasse Sachen. Ich hingegen überhaupt nichts. Eingestürzt. Kommen wir mal weiter. Erstaunlich. Ist das ein Poketok-Feld? Was? Das macht mir auf jeden Fall ziemlich Angst, das riesige Gesicht. Ähm... Gut. Gucken wir uns hier mal um. Was haben wir hier? Hier haben wir... ...irgend so was. Da kann ich dran schießen. Wir haben wieder irgendwas mit Gewichten. Ich weiß jetzt nicht, was das Ziel ist. Überlebensbären. Hartholz. Boah, ich drücke eben mal R2, um schnell zu rennen. Und ich werde das auch ändern, glaube ich. Kann man das aktiv ändern? Schnellrennen mit dem Button hier gedrückt halten. Das ist doch vollkommener Schwachsinn. Also hier haben wir irgendwas Gewichtmäßiges. Kann ich hier dran? Hier kann ich auch irgendwas ziehen, schieben, drücken. Nur wohin? Wahrscheinlich muss das... ...da drunter. Oder? Gehe ich den an. Boah, ich kann den gar nicht... Warte mal. Ich kann nur... Kann ich... Boah, kann ich... Kann ich nach da und nach da. Aber jetzt komme ich nicht weiter. Jetzt muss das Ding da erstmal weg. Und dafür muss ich jetzt bestimmt irgendwas machen. Die Frage ist... Ich kann das ja jetzt nicht einfach anschießen. Das würde ja gar nichts bringen. Warte mal, das bringt was. Da ist ja so ein Ding dran. So. Muss ich das auf der anderen Seite auch machen? Höchstwahrscheinlich schon. Okay, aber es tut sich jetzt gerade nichts. Weil... Weil... Weil was... Nicht richtig ist. Was kann ich denn bitte noch machen? Hier. Äh, was kann ich denn bitte noch machen? Ich muss das ja irgendwie jetzt hochziehen oder so. Wenn ich das jetzt dahin schiebe, bringt es ja nichts. Was soll das? Also weil das könnte geladen werden. Hier aufgeladen. Aber... Aber... Warte mal. Kann ich das hier drücken? Hier, ich kann es wegziehen. Oh. Scheiße, das Seil ist gerissen. Moment mal. Was ist denn jetzt bitte passiert? Das Seil ist gerissen. Könnten wir das bitte nochmal wieder rückgängig machen? Ich hätte den doch da hinschieben sollen. Ich gehe das wieder nach oben. Da ist es... Hallo. Bollara, ey. Geh da ran jetzt. Kannst du das jetzt nicht mehr drücken oder was? Zeit mir nicht drücken an. Drück des! Boah, dieses Mädchen, ne? Also dieses Spiel, meine ich. Was ist denn da los? Leute, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. So, muss ich neu laden? Das werde ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ich ranz nicht. Was soll ich jetzt mochen? Freunde. Ich mache mal das Überlebenssystem. Was soll ich das hier wieder durchschneiden? Ich muss mich um die Wagen kümmern. Ja. Madame. Aber es ist halt jetzt zu spät. Es ist kaputt. Es ist kaputt. Was soll ich jetzt tun? Nein, nein. Das bringt nichts. Wie kann ich jetzt diese bekloppte Statue wieder nach oben bringen. Ach, Leute, ey. Das macht doch keinen Spaß. Ich bin mal auf dem Platz. Das ist halt so, was man machen kann, glaube ich. Das bringt ja nichts. Ja, also nicht sicher. Ich glaube, ich habe es kaputt gemacht. Ich wüsste jetzt nicht, dass es sowas gibt, dass man dann neu laden muss. Ich dachte... Tatsächlich, dass das so funktioniert. Aber offensichtlich... Kann ich hier nicht großartig... Nicht das so. Scheiße, das Seil ist gerissen. Leute, ey. Was ist das für eine Scheiße jetzt? Ich will nicht laden. Ich muss doch hier nicht laden jetzt, oder? Kann ich euer Ernst sein? Man kann ich hier nicht lang? Können wir hier noch machen. Zack! Boah, wie langer. Was ist denn hier noch? Ist hier noch was? Hier ist noch ein paar Pilzchen. Käfer. Ne, Wanderstelle. Wollen wir raus? Ich wollte eigentlich das Rätsel lösen. Ja, Moment mal. Das ist doch das Seil, was wir eben gesehen haben. Das ist doch Schwachsinn. Ich habe doch das jetzt nicht gelöst hier. Ich muss die Leiter anheben. Ja, ja, richtig. Moment mal, hier ist auch noch so ein Ding. Aber hier habe ich überhaupt keine Sonne Fahrzeuge. Ah, Leute, muss ich jetzt ernsthaft neu laden, oder was? Warte mal, eine Sache probieren wir noch aus. Äh, nee. Wobei das eigentlich nichts bringt. Egal, probieren wir trotzdem. Ich komme hier hoch. Hier, wenn ich da dran jumpe, der ist auch oben. Der kommt wieder runter. Reiß jetzt bestimmt. Und dann ist alles wieder hier von vorne. Ja, und jetzt? Wenn ich jetzt hier weggehe, ist alles wie vorher. Schießen kann ich nicht von hier. Ja. Ach, Leute, ey. Das funktioniert doch alles nicht. Oh, was habe ich denn jetzt gemacht? Das ist einfach kaputt. Ich habe es kaputt gemacht. Ich muss neu laden, oder nicht? Ey, ich habe keinen Bock mehr auf diese Scheiße. Habe ich eine gewisse Zeit, dass... Nee, ne? Das habe ich wahrscheinlich auch nicht. Wenn ich da jetzt dran jumpe, äh, dass ich direkt runter und das dann da drunter schieben kann, oder so? Nee, wahrscheinlich nicht. Hier irgendwas zum Festm... Ich muss was zum Festmachen. Nein, du solltest es da oben festmachen. Hier. Das macht sie nicht. Warum nicht? Hä? Und wo soll das denn bitte festgemacht werden? Was soll das denn jetzt bringen, bitte? Was soll das denn jetzt bringen? Warum ist das da? Oh, geht er hoch, Lara! Oh, geht er hoch, Lara! Gar nichts bringt das! Was soll das? Das ist... Ich weiß es auch nicht. Das ist das Einzige, was ich dran machen kann. Und an den da oben komme ich nicht ran. Langhangeln kann ich mich aber auch nicht, ne? An dem jetzt zu der, ähm, zu dem Hänge-Ding. Ich muss die Leiter anheben. Keine Ahnung, Leute. Hm. Das macht doch keinen Spaß. Wenn jemand ins Laden muss, weil man einen Fehler gemacht hat. Das ist doch scheiße. Gut, aber was soll ich sonst machen? Mir fällt nichts ein. Mir fällt nichts mehr ein. Wir laden jetzt. Wir laden. Ist das der letzte? Wahrscheinlich. Das sieht doch gut aus. Alles noch ganz. Sorry, dass das nicht funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Wir schieben den jetzt richtig. Na, hallo. So, ich glaube, hier muss der hin. Kann ich den wegziehen? Nee, doch. Moment. Keinen Fehler machen jetzt. Wir machen erst mal die Seite dran, würde ich sagen. Ähm... Ähm... So. Hä? Hä? da dran jetzt. Okay. Jetzt ziehen wir das mal weg. Gucken wir mal, ob jetzt dasselbe passiert. What? Der landet gar nicht auf dem. Alter, ich hätte gar nicht neu laden müssen. Es funktioniert einfach nicht. Was stimmt denn nicht mit diesem Spiel? Bin ich jetzt so blöd für dieses Rätsel? Das muss ja sein. Aber bitte, was soll ich denn tun? Der Waggon hier, der ist doch komplett sinnlos. Oder nicht? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich rall das Spiel hier nicht. Wie soll dieses Rätsel? Denn bitte funktionieren. Das weiß doch keine Sau. Das ist doch alles schmarrn. Bitte Leute. Was soll hier oben? In diese Rolle. Das weiß doch wirklich keiner. Ich komme hier auch nicht hoch. Und kann da an dieser Rolle irgendetwas festmachen. Oh, Freunde. Das ist doch wohl schwachsinnig. Das ist doch auch nicht. Ja, hier kann man noch hin. Hier war ich noch nicht. Ach, Leute. Früher aufstehen jetzt. Was kann ich hier machen? Was kann ich nicht daran hängen? Oh, ich kann es wieder nullen. Leute, ich kann es nullen. Ähm, was bringt mir das? Also. Den da kann ich ja nicht weiterfahren, oder? Nö. Der kann da nicht flanken. Der kann nicht bis zum Ende. Aber ich kann. Aber ich kann. Den hier mal wieder releasen. Weiß doch nicht, was das bringen soll, jetzt den anderen da hinzuschieben. Was soll mir das bringen, wenn ich den jetzt wieder drauf mache? Was ist hier auch noch eine? Nee. 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 Rallt, ich nicht. Rallt, ich nicht. Dann müssen wir das machen. Ja, aber vielleicht... äh, machen wir das mal so. Oh. Ich weiß trotzdem nicht, was das hier alles bringen soll. Tatsächlich. Macht überhaupt keinen Sinn für mich. Dieses Rätsel. Wahrscheinlich bin ich viel zu blöde. Warte mal, was ist hier? Jacks Tagebuch? So, machen wir das nochmal fest. Ich muss das einstellen mit R2-Rennen. Das ist einfach nur total bescheuert. Immerhin ein kleiner Fortschritt. Ha! Jetzt bleibt sie oben. So, aber was? Was mache ich jetzt? Das Seil durchtrennen? Oder was? Wir haben ja nicht so viel gebracht. Aber, warte mal. Dann machen wir das nochmal fest. Sonst hängen wir uns nochmal dran. Gucken, was das gibt. Hallo. Ah, Gott, Leute, ey. Tut mir leid, dass wir eine ganze Folge an diesem Rätsel hier hängen. Aber was willst du machen? War jetzt auch nicht so schwer eigentlich. Aber ich wüsste nicht, dass man ja hinten hoch kann. Was machst du denn jetzt? So, einmal hoch. Und dann schauen wir mal weiter jetzt hier. Und dann schauen wir mal weiter. Zeit, regeneriert schneller. Geil. Das war ja... Naja. Sagen wir mal so, ich hab mich nicht mit Ruhen bekleckert. Aber, ganz ehrlich, das war ja wohl hier... Hier die... Also... Wirklich. Jetzt mal. Ernsthaft. Hallo. Häng mich jetzt da dran. Oh, Gott. Aber den Schatz haben wir jetzt immer noch nicht gefunden, richtig? Wo ist dieser bekackte Schatz? Der ist da unten irgendwo. Ich bin jetzt lang hier. Äh... Moment mal. Was muss man denn jetzt drücken? Auf der Tastatur war es eh... Aha. Okay. 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 Ich will diesen blöden Schatz. Sehr gut, Lara. Hartholz. Deswegen sind wir jetzt hier rüber, oder was? Ah, jetzt kommt wieder das. Habe ich mich jetzt hier... Kann ich mich jetzt hier abseilen, oder was habe ich jetzt gemacht? Bringt mir das was, hier mich abzuseilen? Warte mal. Ne, der Schatz ist hier wieder nicht. Rally nicht, wo der ist. Ah, das Mess hat mich übersehen. Wie geht jetzt abseilen hier nochmal? Okay. So nicht. Was? Herausforderungsgrab? Ne, das habe ich ja gerade gemacht. Das habe ich ja gerade gemacht. Da sind jetzt zwei von zwei. Der Schatz ist aber immer noch... Also wir sind jetzt hier, wo wir eben herkamen. Also nix mit Schatz. Wo ist denn dieser Schatz? Oh, Leute, ey. Die Folge ist zu Ende. Oh, Gott. Ich bin heute, glaube ich, nicht so in Lara-Fieber, weil dieses Rätsel hat mir gerade echt nicht gefallen. Ich hoffe, dass es in der nächsten Folge wieder besser wird und ich vielleicht ein bisschen schneller von Begriff bin. Bis dahin sage ich aber erst mal Tschüss. Macht es gut. Was seid ihr denn hier eigentlich? Bis zum nächsten Mal. Scheiße, Schatz. Wie soll der sein, ey? Gut, macht es gut. Tschau, Leute. Tschau, Leute. Tschau. Tschau. Yay.